Was kann die Furcht mehr vor Allah Azza wa Jal? Dass man alleine ist, nicht so viel mit den Leuten zusammen ist und dass man über Allah Azza wa Jal nachdenkt, über die Abrechnung der Yawm al-Qiyam und dass man auch versucht, Geschichten über diejenigen zu lesen, die Allah Azza wa Jal am meisten gefürchtet haben. Dass man viel den Koran liest und man zwingt sich zum Weinen. Wallahi, weine lieber jetzt im Guten, bevor du Yawm al-Qiyamah wegen der Strafe weinen musst. Mögen Allah Azza wa Jal uns bewachen.